Hey, hallo Kinder! Hi Anna, hi Thorsten und die anderen. Levent, leg das Handy weg. Okay, soll ich euch meine Geschichte erzählen? Dann hört zu jetzt. Die kleine Jenny war so niedlich, als sie sechs war. Doch dann bekam Mama ihre kleine Schwester. Jetzt war sie nicht mehr der Mittelpunkt, sie stand hinten an. Und dann mit zwölf fing sie hemmungslos zu trinken an. Das war sowas wie ein Hilfgeschrei, den keiner hört. Bei jedem Schluck hat sie gedacht, bitte Mama, sei empört. Doch Mama war nur selten da, keiner hat aufgepasst. Papa hat lieber mit Kollegen einen draufgemacht. Jenny war draußen mit der Clique, hier war sie beliebt. Hier wird man verstanden, wenn man auf Zuhause Krise schiebt. Sie ging mit 13 auf Partys ab 18. Schminken wie ne Nutte und dann rein in das Nachtleben. Ecstasy, Kokain, Ficken aufm Weiberklo. Flatrates aufm 56, Tequila-Shots, einfach so. Wie viel mehr kann dieses Mädchen vertragen? Und ich sag, Kinder, kommt, wir müssen den Eltern was sagen. Und das geht nicht. Hey, Mama macht die Augen ab. Treib mir meine Pausen aus. Ich will so gerne wachsen werden. Ob ich schon mit 18 sterben. Hey, Mama macht die Augen ab. Ach, wenn ich nicht draußen hab. Du bist trotz keine Schwierigkeiten. Zuneigung auf Liebe zeigen. Der kleine Justin war nicht gerade ein Wunschkind. Doch seine Mama ist der Meinung, abtreiben gleich umbringen. Das Problem war nur, dass Papa was dagegen hatte. Deshalb fand man Justin nachts in der Babyklappe. Er wuchs von klein auf im Heim auf. Doch wenn der Betreuer was sagte, gab er ein Scheiß drauf. Er hat schnell gemerkt, dass es nicht sein Zuhause ist. Hier gibt man dir das Gefühl, dass du nicht zu gebrauchen bist. Dass er jemals 18 wurde, kann man nur wenig hoffen. Denn er raucht mit 6, kifft mit 8 und ist mit 10 besoffen. Sag, wie viel mehr kann dieser Junge vertragen? Und ich sag, Kinder, kommt, wir müssen den Eltern was sagen. Und das geht nicht. Ein Kind zu erziehen ist nicht einfach, ich weiß das. So hast du immer was zu tun, auch wenn du frei hast. Pass immer auf, du musst ein Auge auf deinen Balk haben. Am besten lässt du seine Glocke um den Hals tragen. Kinder sind teuer, also musst du Geld machen. Du musst Probleme erkennen und sie aus der Welt schaffen. Du musst zuhören in guten und in miesen Zeiten. Du musst da sein und du musst Liebe zeigen. Wer Kinder macht, der hat das so gewollt. Doch sobald es ernst wird mit der Erziehung, habt ihr die Hosen voll. Wie viel mehr kann die Jugend in Deutschland vertragen? Hört hin, wenn eure Kinder euch jetzt was sagen. Und das geht, hey! Mama macht die Augen auf. Aha! Zeig mir meine Phrausen aus. Ich will so gerne wachsen werden. Und ich schon mit 18 sterben. Hey! Mama macht die Augen auf. Aha! Guck! Nun bin ich nicht außen raus. Du musst trotz all der Schwierigkeiten zu Neigung und Liebe zeigen. Hey! Papa macht die Augen auf. Hey! Papa macht die Augen auf. Aha! Noch bin ich nicht außen raus. Du musst trotz all der Schwierigkeiten zu Neigung und Liebe zeigen. Das heißt, die Augen auf. Das heißt, die Augen auf.